Musik Der Patrice hat sich jetzt gerade noch die Unterhose gerichtet und ich sage mal herzlich willkommen zurück zu Ihnen im Fussballpodcast aus Basel mit mir und der wohl schönste Bibliothekarin von Basel, Patrice Stärki Was? Du bist ein Duttmann, du bist ein Dutt Ja, wegen dem Dutt, ich habe dich ein Dschapper an, du siehst ihn nicht einmal Ich habe ihn vorher gesehen Du siehst mein Dutt Ich habe nicht die Unterhose gerichtet, ich habe mich nur noch einmal gestreckt, aber ein schönes Bild und einen schönen Blick hast du dazu aufgerufen Hast du mir jetzt gefragt, dass es mir geht? Oder haben wir das schon gehabt? Mir geht es super, Hug Wie geht es dir? Nein, eigentlich nicht, aber wie geht es dir? Dankeschön Mir geht es ganz gut Ich spüre es auch wieder ein bisschen Frühling draussen, es war warm, als ich heute irgendwie am 37. mit dem Hund bin zu laufen Besser als letzte Woche Mhm, 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 es ist eine bessere Zeit Das Wetter wird besser, ja? Wir haben 23 Grad die Woche Haben wir wirklich? Ich glaube, so habe ich es irgendwo mal gelesen Meine Schildkröte werden glücklich sein Bestes Fussball- und Schildkrötenwetter Bestes Wetter Bestes Wetter zum in Fussballtrikots rumlaufen auch Bist du einer, der auch so einfach mal in Fussballtrikots rumläuft? Ab und zu an einem Sonntag zu Hause, so zum rumschildern gerne mal Ich habe ja auch noch etwas Neues gekauft Ich habe ja das eine Ajax Amsterdam-Trikot gekauft, das Bob Marley-Shirt, das ist richtig geil Das ist auch schwarz Zwei Kämpfe haben sie übrigens auch gekauft, habe ich letztens gerade gelost Oder einen Die machen uns alles noch Die machen uns alles noch, das ist unglaublich Ich liebe Grüsse an dieser Stelle Nein, ich liebe Fussballtrikots, aber zum Schaffen legen sie selten an, muss ich sagen Nein, zum Schaffen nicht, aber so privat Ich habe früher sehr viel, bin ich einfach in Trikots rumgelaufen Sogar irgendwo in Gran Canaria am Samstag zu oben im Ausgang Habe ich ein Foto von mir in einem AS-Rome-Trikot Ich mag mich erinnern, dass jemand zu mir gekommen ist und gefragt hat Wieso hast du ein Velotrikot an in einer Disco? Und dann haben sie gesagt, es ist ein Fussballtrikot Aber danke für das Fragen Oh Gott Eine perfekte Überleitung in unser erstes Thema Es gibt einen Ausrüsterwechsel beim FCB Nachdem wir Nike hatten, nachdem wir jetzt Adidas noch hatten Kommt jetzt etwas Neues Macron Der französische Präsident, noch Präsident, oder ist Marie Le Pen jetzt Präsident? Ich bin mir nicht ganz sicher Nein, ich glaube, das sind ja jetzt die Wahlen irgendwann, oder? Ja, ich glaube, gestern habe ich die erste Form Konsulat gesehen, da oben necken Stell dir vor, eine Rechtspopulistin Eine Rechtspopulistin in Frankreich übernehmen Ich habe so herrliche 1940-Vibes langsam Ja, es ist eine komische Zeit Amel, es ist ja noch nicht ganz offiziell gelebt, dass Macron uns übernimmt Und wir haben da gemischte Gefühle einerseits, weil Nike Adidas halt schon Vielleicht ein Zacken cooler ist, auf der anderen Seite habe ich irgendwie auch Hoffnung, dass wir ein cooles Trikot anbasteln können Ich finde auch, zum Beispiel das Polonia Trikot aktuell von Ihnen, finde ich immer recht geil, die Rot-Blauen Da würde schon etwas drin liegen Aber es ist halt irgendwie schon bitter und ein Armutszeugnis, dass ein FC Basel nicht genug Strahlkraft hat für Adidas oder Nike Das finde ich krass Was aber noch ist, das habe ich jetzt mehrmals gelesen, dass sich Nike und Adidas von der kleineren Ligen auch zurückziehen Und etwas muss man schon sagen, wir haben ja immer irgendwie eine Zweitverwertung von irgendwelchen Trikots bekommen Wir haben ja nie Huren geile Designs gehabt in den letzten Jahren, sind wir ehrlich, oder? Voll nicht, ja Und wenn du jetzt mal schaust, was Macron alles auf der Liste hat, werden alle ausrüsten Ich gehe jetzt mal durch, Nationalmannschaften Ich mache es relativ schnell, sie haben Albanien machen sie, Andorra, Armenien, Weissrussland, Feröhr, Kenia, Liechtenstein, Luxemburg, Samarina, Zypern In diesem Bereich bewegen wir uns jetzt Aber bei den Klubs ist auch Lazio rundherum Bologna, wie du gesagt hast, Hannover SV Es sind nicht Top-Klubs, aber es sind ja doch Vereine von den grossen Ligenen Du hast Sporting Lisabon drunter Brücke ist drunter, Stoke ist drunter Ich meine, irgendwie ist das schon der Kreis, wo ich mich lieber wöler fühle, als bei dem Barcelona-Kreis, wenn ich ehrlich bin Ja, es ist einfach so, neben der Conference League der nächste kleine Schlag ins Baby-Gesicht Wir sind einfach die Kleinen Und es wird immer klarer Ich habe, für mich ist es einfach krass, dass du Dass du nicht irgendwie, ich sage jetzt einfach mal, dass von mir aus irgendwie Adidas oder Nike entweder Ebay oder Basel hat Und der Konkurrent der andere quasi Dass der Schweizer Markt so unwichtig ist Es geht nicht nur um die Ausrüstung, es geht nicht nur um das Trikot Es verändert ja auch ein bisschen Vielleicht persönlich dein Style Vielleicht kaufst du dann eh nochmal Nike-Schühe statt Adidas Wenn du Nike als Ausrüstung hast oder umgekehrt Oder bleibst du auf einmal bei dieser Marke für immer Ich weiss nicht, ob ich zu hart einfach nur Trikotverkäufe berechne Und der Schweizer Markt komplett erweglassen Ich meine, Kohle ist viel rum Es wird viel so Zeug gekauft Das finde ich irgendwie, ist ein Statement für mich Es ist nicht komplett egal Unsere Zahlen in der Schweiz sind einfach komplett unwichtig Es ist wirklich zu wenig Und es aussieht, sind halt die Top-5-Ligen Da hast du massiv mehr Fans Weltweit auch, die dann das Zeug kaufen Ich habe mich mal erinnert, wo irgendeiner von unserem Vorstand Ich weiß nicht, ob es der Häusler gesehen ist Mit Nike-Jächten, der diskutiert hat Dass man da einen besseren Deal will Und Nike die Antwort ist, wenn dir mal in einer Saison Ähnlich viel Trikotverkäufe wie der FC Augsburg In der zweiten Bundesliga damals Dann können wir weiter diskutieren Und das ist halt so ein harter Realitätsschock Und das ist der Punkt Und ich sehe jetzt aber auch Ich bin auch nicht traurig ab dem Ganzen Ganz ehrlich, das ist mal eine Neuerung, die ich mal ganz spannend finde Weil es gibt auch die Möglichkeit, dass sich vielleicht Man auch designmässig etwas Cooles machen kann Mit diesen Trikots Als deine sehr konservative Sachen Wo jetzt alle das Neige haben in den letzten Jahren Es sind ja wirklich Es sind ja keine speziellen Trikots gesehen In den letzten zwei, drei Nein, Sondertrikotos, Schwarze Das ist sehr geil gewesen Ja, das ist cool gewesen Aber es ist eine Chance Ich weiss auch nicht Es geht nicht nur um Trikots Es gibt ja auch noch andere Merchandise Und so Das ist halt dann schon Das wird sich halt verändern Ich weiss nicht, was Makro dort bietet Es ist ja komisch, dass die Makro heisst Das ist eine italienische Firma Heisst sie wirklich Makro oder Makaroni Ich weiss es nicht Aber das ist Also nochmal Ich schaue das Ganze wirklich mal positiv an Ich weiss nicht Also ich freue mich drauf Und vor allem mal komplett neue Merch Und der FCB hat jetzt am Samstag Haben sie einen Rampenverkauf gehabt Ich bin nicht gegangen leider Ich habe eigentlich geblieben Und habe es dann völlig verhängt Ich habe es dann völlig verhängt Also irgendwie Also ich nehme es mal schwer an Das ist wirklich Man haut raus, was man kann Also ich nehme es mal schwer an Wenn die Leute jetzt in den Fanshop gehen Finden sie noch einiges Zu Schnäppli-Prisen vielleicht Und vielleicht gibt es einfach Komplett neues Zeug Also auch wieder ein paar coole Sachen Weil ich finde schon Wir haben nicht die geilsten Merchartikel In den letzten Jahren Ich weiss nicht, was das ist Aber Nein Es ist Ja, nein Also Sachen wie den FCB-Klobürsten Habe ich noch nicht gefunden Gar nicht Ich hoffe nicht, dass du Also du meinst Du meinst einen FCZ-Klobürsten Ja, natürlich Oh, sorry, Entschuldigung Ja, natürlich Oh, Mann Oh, Mann Nein, es ist Ja, ja Du Es ist noch nicht 100% offiziell Um das nochmal zu sagen Wir haben es aber aus diversen Quellen gehört Unter anderem glaube ich Tele Basel Und auch BATZ Ja, die Medien haben es schon lange berichtet jetzt Also das ist schon offiziell meint Also nicht vom FCB kommuniziert Aber mit dem Rampenverkauf auch noch Ich glaube, das ist ein klare Statement Dass es eine neue Ausrüstung gibt Ja, ja Jetzt hast du das Makro Goxportiv Hätte ich richtig geil gefunden Aber Ja, ja Du Ich habe Starter gekauft Starter Kennst du noch? Starter ist mir absolut gemütlich Das ist natürlich Wie ein Drinks ist Aber die sind dann gar nicht im Fußball Nein, ich glaube es nicht Aber es wäre schon geil gewesen Starter Man hätte so ein 90s Feeling Ja, ja Charlotte Hornets Caps von Starter Legendär Ich habe vor Ich habe vor etwa 10 Jahren In den USA In einem Walmart Starter Turnschuhe gekauft Nein Und die sind wir nach zwei Monaten Nach einmal im Regenlaufen Haben sich um das Viereckige Teile An der Sonne gelöst Und sie haben sich Effektiv aufgelöst Also ich glaube Die 20 Dollar Sind es nicht wert gewesen Also ich habe so eine Alte Starter Jacke gehabt Und die leider Leider zu tot gedreht Und die habe ich mal gesehen Irgendwo auf Ebay Für irgendein 1300 Dollar Startgebot Das ist ja wirklich Anscheinend So ein Sammlerobjekt Wurden Wenn ihr mal in einem Altkleiderseite Sammler gelandet Aber Starter Ja, das war sehr, sehr cool Geile Caps Wir brauchen Bessere Caps Und das ist im Patris Stand Dass er coole Sachen Wegschmeisst Oder verkauft Wie das Magic Shirt Vom FCB Patris Alles muss weg Alles muss weg Ich habe das schon Oft erklärt Wenn etwas Jedes Mal Wenn ich meinen Kasten Aufmache Einfach Wie so eine Flüssigkeit Aus meinen Kasten Rausgekalt Es hat null Halt Das Trikot Unfassbar Aber ja Magic Shirt Unfassbar Ist auch Dass der FC Zürich Das ist zumindest Stand gestern Bis am 1. Mai Können Jokkeli Meister werden Ist das immer noch so? Ich frage mich nicht So scheisse Also Würde das passieren Wie finden wir das denn? Nein Es ist wirklich Das ist Das darf nicht passieren Nein Es darf nicht passieren Das macht mir auch wirklich Sorgen Ich will das nicht Vor allem Am 1. Mai Das ist ja immer so ein Ein Kavalltag Das kann Brodeln Das könnte Funky werden Sagen wir es mal so Spannend Patris Ich habe gerade eine Banane gesehen In der Rede Ich komme einfach mal Spontan ein bisschen weiter Bats Hat einen Artikel gebracht Respektiv Oliver Gut Mit diesem Artikel Hat er quasi Die Frage gestellt Ob Ein Tschaloff Überhaupt noch Spielen Die Begründung ist Ziemlich einfach Der Vertrag Der ist ja fertig Im Juni Es gibt keine Kaufklausel Keine Option Und wenn man die Sportliche und Perspektivische Ausgangslage Anschaut Macht es keinen Sinn Wenn er noch spielt Wenn du einen Da hast Und Soloi Der in der Zukunft Ja eigentlich Da sind jetzt Wie siehst du das? Ja ich glaube Das ist allen klar Aber wenn es ihn braucht Dann ist er da Und wenn er Soloi Feiter ist Dann spielt Dann nehme ich an Normaler Es ist halt noch Ein bisschen leicht Und Schatten Auf dieser Position Da sehen wir dann Trotzdem lieber Die Conference League Fix So viel wie möglich Ja ja du Das ist jetzt Ich glaube nicht Nicht die Podcast Minuten wert Das zu diskutieren Nein aber vielleicht Ist der nächste Punkt Podcast Minuten wert Nämlich der Fall Esposito Das ist ja ganz spannend Was jetzt mit dem Passieren wird Oder Wir haben Eine Kaufklausel Für 8 Millionen Franke oder Euro Auch immer Euro Oder? Egal ja Es ist etwa gleich Mittlerweile Der Kurs Stimmt Es ist gleich Stimmt Inter Mailand Kann aber die Klausel Für 1 Million Euro Wieder annullieren Ja Nochmal Das heisst Wenn Inter jetzt sagt Du der hat das so gut Entwickelt Wir geben dem FCB Die 1. Million Dafür können sie Der andere nicht kaufen Ist das richtig? Ja genau Okay Ich weiss nicht Ob sie dann quasi Noch abwartet Dass wir ein offizielles Angebot Was wir eigentlich Müssten machen Weil ich bin mir Ziemlich sicher Dass ein Inter Mailand Weiss Dass der Esposito Mehr Wert hat Als Die 9 Millionen Und jetzt Reden wir Klartext Patrice Jetzt Reden wir Klartext Du bist Du bist Der FCB Wo hast du Die momentane Finanzlage Wo du hast Ja Was machst Ich rufe Ich rufe Im Inter Presi Ja Da wäre Immer Da Ich Anstrippen Kriege Und sage Du Wir hätten Gern Was passiert Und dann sagt Ich würde Probieren Ein weiteres Jahr Auszulehnen Wenn ich das Dann würde Wollen Aber wir wollen Noch mal ein Jahr Die 9 Millionen Platzieren Ist es okay Beim FCB Oder willst du Zu einem schlechteren Serie A Verein Ich nehme Aber der hat Auch ein paar Interessen Mittlerweile Das liegt Dann am Esposito Ich glaube Für seine Entwicklung Wäre ein Jahr FCB Sicher nicht Das dümmste Also Sie könnten So Fiorentina Auslehnen Da könnt ihr Im Cabral Konkurrenz machen Nein Der Cabral War gerade On fire Ja Ich weiss Ja Das heisst Aber Wir können davon ausgehen Dass der Herr Esposito Der neue Liga Modus Nicht mehr bei uns Aktiv erleben wird Ich bin mir Leider ziemlich sicher Dass das nicht Wird passieren Und ich bin mir Ich bin Also das leider Meine ich nicht Weil es keinen Neuen Modus Wird geben Sondern weil er Wird weg sein Diskutieren wir Doch einfach Über einen Modus Wo Yes Bereits jetzt Sehr viel Shit kriegt Unter anderem Natürlich Eigentlich Von dir Typischerweise Weil du Hast Veränderungen Von mir Du hasst Veränderungen Das Untersteigen Relativ neutral Zu diesem Thema Du hast schon Die leichte Unmut Ausgesprochen Aber trotzdem Auch so Komm Machen wir es Doch einfach Ja es tut mir Leider Neutral Ich freue mich sogar Auf einen neuen Modus Aus einem Einfachen Grund Zwei neue Mannschaften In der Liga Allein wegen Dem finde ich es Geil Wirklich mal Etwas Neues Das finde ich gut Das ist ja Unbestritten Vom Modus Ich glaube Mittlerweile Im letzten Klar Dass das Okay wäre Dass es in der Challenge League Mannschaften gibt Die locker Super League Spielen Dass mittlerweile Ein Anraue Winterthur Und auch Viele andere Auch ein Schaffhausen Am Schluss Absolut Mal Super League Spielen Das wäre super Für uns Völlig okay Mal wieder Neue Match Und Auswärts Match Ich denke Du hast Dann einfach Mehr Möglichkeiten Auch Für Spieler Sich zu zeigen Vielleicht auch Für junge Schweizer Sich zu zeigen Das würde Unserem Ich behaupte Das würde Unserem Fussball Noch gut tun Wenn du Quasi Keine Ahnung 50 neue Spieler In der Liga Hast Ja und Eben auch Ich glaube Auch Gerade Schaffhausen Und so Hat immer wieder Gutes Händchen Um Irgendwo Einen zu holen Aus dem Ausland Der sich Beweisen Und auch Interessant Kann sein Für so Ich sage jetzt Für den FC St. Gallen Und für So Teams Aus dem Mittelfeld Die dann Quasi Von einem FC An Wieder Spieler Holen Es gibt Ein bisschen Mehr Tiefe Und ich glaube Dass die Schweiz Das Absolut Kann Vertragen Also Von dem Aufstockung Für mich Ein Klars Go Das ist Für mich Sonnenklar Vorher Ist es schwierig Was machst Mit zwölf Mannschaften Genau Jetzt Kommt Wir haben Ja früher Die Leute Wo Schon Mit Tusal Im Alter Sind Die wissen Es hat Mal Die Qualifikationsrunde Gave Die Verabstiegsrunde Wie hat es Geissen Verabstiegsrunde Und die Andere Finalrunde gesehen Richtig Finalrunde Hatten Und das Hatten 12 Mannschaften Hatten Aber Mein Kaufabstiegsrunde Ich meine Das ist Wirklich Ich weiss Das brauchst du Wirklich Nimmer Irgendwie Ist es Geil War Es hat Auch Sein Reiz War Ganz Uncool War Nicht Wir Massen Ab und Ab Dinge Sehen Oder Einmal Ist es Eng Wod Solothurn Und Ja Am besten So Sachen Musst du erleben Oder Spielst du Auf einmal Wie Nobe Früher Und Weiss Geil Was Eine Verabstiegsrunde Muss es Nicht Sehen Nein Die Idee Ist Alle 12 Klubs Bestritten Quali Runde Mit Hier Und Rückspiel Und Dann Wohl Winter Pause Dann Wird Die Tabelle In Zweite Ein Wenn Wir Das Mal So Stollen Du Hier Und Rückspiel Von 12 Mannschaft Super League Und Dann Winter Pause Klingt Optimal Super Dann Wird gesplittet In der Mitte Die ersten Sacks In eine Gruppe Und Dann gibt es Erneut Eine Runde Mit Hinspiel Rückspiel Jeder Gegen Jeden Das heisst Du hast Weitere 10 Spiele 34 Spiele Was Absolut Sinn Macht Und Dann Der Erste Und Zweite Playoffs In Playoffs Untereinander Meister Ausmachen Ja Und Die Anderen Was Mal habe ich gelesen Dass selbst Dozenti In den Playoffs Mitmachen Aber Das stimmt Ja gar Nicht Das ist Gar Nicht Stand Das macht Macht das Sinn Ich glaube Der steigt Ab Und Dann Geht Es Noch Der Letzte Steigt Direkt Ab Zweite Letzte An Bände Playoffs Oder Playoffs Um Aufstieg Ich Finde Das Tönt Mir Gefällt Das Ich Finde Das Gut Ich Finde Das Richtig Ich Finde Es Mut Ich Finde Als Schweiz Wir Eine Krümpel Liga Und Ehrlich Hier Heulen Leute Wie Beschissen Das Es Und Ich Kenne Die Leute Und Die Haben Alle Noch Nie Ein Match Guckt Wo Nicht Der FC Basel In Mal Wir War Da Schaut Keiner Von Servet Gegen St. Gallen Oder Lugano Gegen Gc Keiner Und Die Heulen Am Lütigsten Dass Der Modus Beschissen Ist Oder Das Playoffs Beschissen Sind Wieso Vielleicht Schaut Ja Mal Ein Lüge Wenn Es Einfach Ja Weißt Ich Meine Wenn Bei Playoffs Wie viele Runden Gibt es Denn Hättest du Was Gelesen Was Ist Der Plan Wie viele Mal Wird Der Erste Auf Der Zweite Treffen Best Of Seven Nein Ich Glebe Nicht Das Wir Kritisieren Es Waren Zwei Match Es Um Titel Der Erste Gegen Der Zweite Hier Und Rückspiel Das Finde Ich Vorstelle Dass Zürich Mit 10 Punkten Abstand Oder 11 Punkt Abstand Wenn Das Jetzt Fertig Wäre Und Jetzt Habe Zwei Match Die Meister Werden Ich Weiss Nicht Ob Das Fair Ist Da Bin Ich Schon Kritisch Und Auf Der Anderen Seite Die Vorstellung Zwei Match Um Titel Gegen Der FCZ Oder Eine Andere Saison Gegen Ebay Oder Auch Ebay Gegen FCZ Das Ist Schon Die Match Kannst Du Verkaufen Die Kannst Als Liga Verkaufen In Andere Deutsche Oder Vielleicht Einmal Aus Asien Vielleicht Hast Sogar Spiele Aus Solit Länder Die Match Übertragen Das Kann Finanzielle Chance Für Super League Ich 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 Zürich Stand Jetzt Wären Zehn Punkt Voraus Wir Zweit Wir Wären Zahn Punkt Vor Dritten Beispiel Jetzt Okay Ja Stell dir Vor Wir Weißt Wir Wichtige Playoff Spiele Wir Haben Zehn Punkte Buffer Auf Platz Drei Die Nächsten Drei Match Lassen Easy Lassen Angegen Was ich Mäne Das B Team Spiel Damit Unser A Team Wirklich Parat Ist Die Schicken Mal ins Bootcamp Also Du Kannst Ein paar Sachen Cheaten Es sind Unterschied Was Ich Mir Überlegt Ich Weiss nicht Ob Das Eine Option Ist Ich Hätte Ich Hätte Das Wäre Meiner Meinung Noch Extrem Fair Dass Du Drei Match Du Hast Ein In Basel Und Zwei In Zürich Oder Du Start In Zürich Dann Ein In Basel Und Noch Mal Eins In Zürich Ja Wäre Eigentlich Fair Und Trotzdem Hätte Zwei Platzierte Chance Den Titel Zu Ehrlich Am Schluss Ein Match Heimspiel Oder Auswärts Match Aber Es Ein Vorteil Wie Man Aus Me Eishockey Und And Sportarten Kennt Du Hast Qualifikationssieger Ein Heimspiel Mehr Und Das ist Meist Entscheidendes Spiel Oder Pass Auf Es Gibt In Playoffs Kein Heimvorteil Alle Spiele Werden Im Bayern Austritt Im UEBA Austritt Richtig Oder Wir Vermarkt Nach Asien In Tokio Jetzt Ziehst Der ganze Hass Auf Den Ein Match Und Nur Da Einen Ein Genau So Muss Es Das Gut Umweltvertraglich Das Sehr Schön Es Gibt Ein paar Möglichkeiten Ich finde Grundsätzlich Es Zeit Für Etwas Neues Und Das Sehe Ich Auch Ich Beide Neues Ist Richtig Und Ich Testen Es Einfach Aus Und Ich Spann Was Habe Es Der Dritte Wird Gegen Sechste Oder Sieb Egal Was Die Vorstellung Wäre Playoffs Und Dann Spielt Jetzt IBE Gegen GC Oder Gegen SIO In Playoffs Und Lugano Gesehr Und Nächste Runde 14 Gallen Gegen IBE Und Es geht Um Europa Das sind Matches Wollen wir Alle Einziehen Es Wäre Geiler Ich Liebe Playoff Matches Du Haste Schon Bisschen Ich Faszinierend Nein Hast du Goebb Nicht Ich liebe Goebb Final Als Kind Finde Abgeflacht Aber Ich habe früher noch Goebb Final Ostermändig Finstermändig Uffert Genau Uffert Ich habe das immer grossartig Funden Es ist Chancen Auf etwas Neues Aber ich weiss Fussballromantiker Wo wir Eigentlich auch sind Eigentlich Ein normales Ligasystem Ich bin Der Meinung Ich will Neues Sehen Ich will Neue Mannschaften Sehen Ich will Neuen Modus Sehen Wir brauchen Neues Aber Nicht Zu Ne Auf das Können Wir noch sprechen Die Abstimmung über den Modus kommt am 20. Mai Man ist recht optimistisch dass es durchkommen wird Das heisst in einem Jahr Ende nächste Saison würde es keinen Absteiger geben Das heisst wenn der FC Aarau jetzt aufsteigen Lieber Grüße an Herr Dömer Wenn die aufsteigen jetzt Dann müssten sie keine Angst dass sie runter für alle FC Aarau Fans Ich habe die schlechteste Wettphase in meinem Leben Natürlich habe ich auf den FC Aarau gewettet und natürlich haben sie 3-0 gewinnert verloren Sie werden einfach nicht raufkommen Das ist alles deine Schuld Die wollen Aufsteiger und wir wollen Meister werden Das beweisen wir Wochen und Wochen beweisen dass wir den Meistertitel einfach noch nicht beraten Wir wollen gar nicht Wenn wir Patrice auf das Spiel von der Patrice und ich haben gespielt in St. Gallen Für mich ein meiner favoriten Match immer jede Saison Ich finde St. Gallen sind okay aber St. Gallen Basel gehören zu meinem absoluten Lieblingsmatch seit 20 Jahren Ich finde die Match haben irgendwas Aber sind sie erst richtig geil geworden als St. Gallen die Meister Mannschaft hatte und ab dann hat es mehr etabliert Das ist unfassbar Das war schon geil Die hatten so ein geiles Team und die zu schlagen war schon cool Ich finde St. Gallen ist eine besondere Match Die haben immer so viel Schwung und Energie Sie haben ein gutes Publikum ein perfektes Stadion für die Größe St. Gallen Großartige Würste gibt es dort Ja das gibt es sogar auch Nicht zu viel Positives über St. Gallen Aber du hast gewusst es gibt einen geilen Match Ich glaube wir sind nicht enttäuscht worden Es ist für mich eine Riesenunterhalt Ich möchte kurz erinnern an Dominik B. aus Erdpunkt der leider vor ein paar Wochen gestorben ist der es geschafft hat vor dem Match hat er eine Wurst gegessen in der Halbzeit hat er eine Wurst gegessen und bevor wir gegangen sind hat er das Trio komplett gegessen Das musst du dir einfach mal geben In St. Gallen Großartig Das war das erste Spiel von Thorsten Fink gesehen Das weiss ich noch Oh wow Das ist grossartig Es gab eine Neuerung gestern Herr Stocker Wir haben ihn aus der Versanke geholt und er durfte von Anfang an spielen Er hat das sehr gut gemacht Für mich ein gelungener Einsatz und genau das werden wir sehen und so sind wir zufrieden Das werden wir sehen Wir hatten auch gerne Pellmar gesehen Aber er hat ja wunderbaren Ersatz Hervorragend Hervorragend Nasser Tshiga ist ja wenn man unsere Folge ein bisschen regelmässig verfolgt das ist ja fast ein bisschen ein Fan Favorite von uns gesehen oder Marseille Desai habe ich gesehen mit dem Dave Es ist Er hat so viel mitgebracht am Anfang und es sind ein paar Fehler gekommen und jetzt ist glaube ich blanke Verunsicherung oder Panik Ich glaube das können wir jetzt nach gerade entsprechen aber was wir erlebt haben wir haben ein Spiel gesehen ein sehr spielfreudiger Start vom FC Basel So habe ich es erlebt schnelles Kombinationsspiel führen man hat von Anfang an ein Spektakel wollen zeigen so ist mir das reinkommen Absolut stark man will gewinnen man will der Favorit sein man will das zeigen und man hat es gespürt bessere Team ich sage einfach nur der Tabarest der gefällt mir der gefällt mir immer besser also mir gefällt der immer besser der gehört jetzt uns der gehört nicht uns oder praktisch aber jedes Mal der gehört aber nicht uns der muss ich hoffe den haben wir noch ein weiteres Jahr ausgelenzt der wird noch richtig stark Miller unfassbar stark bis auf den einen die Pass wo er halt im Strafraum an allen FFP geschossen hat es ist tragisch ja aber auch noch man kriegt auch noch einen Goal wegen ihm oder das ist der Miller mit dem Fehlpass und dann kriegt man das Goal nachher das ist auch schwach gut das ist nicht nur schwach von ihm aber ja offensiv offensiv sackstark aber muss natürlich der Pass ankommen dass wir 1-0 für uns sind jetzt stehen zwei oder drei in der Mitte und der Pass kommt einfach völlig in den falschen Ort oder für mich auch die Spieler einer muss hinten bleiben nicht beide im Tiefe unglücklich es ist eine 100%ige war eigentlich noch gerade eine weitere Halbchance wie man es nennt Stärkio hätten aber nochmal können vor dem Schuss hinter aber auch da können dann sein also rein theoretisch nochmal ein Doi für mich also ich glaube ich habe es von Anfang an gesagt die meisten der ist bärenstark und für mich ist er Woche für Woche der der so rein optisch der stärkste ist auf dem Platz er hat immer Speed er kann sich durchsetzen er macht fast keine doofen Fehler mehr das dann hat man noch einen Moment dass er noch das Goal schiesst wenn er sich durchsetzt und dann nicht mehr ganz am Ball kommt weil es zu stark gemacht aber das sind so Szenen die man nicht so oft sieht für Spieler von uns der Miller hat die Qualität auch im 1 gegen 1 aber der Endoy ist ein richtig riefer kompletter Spieler und der gehört uns und ich glaube er ist bei allen Scouts sehr bald wieder auf der Liste leider der wird uns 10 Millionen bringen irgendwann ich denke es auch ausser dass er schon im Ausland war und sich nicht durchsetzen das wird der Makel sein dass man vielleicht ganz viel Geld ausgeben will aber das ist schon ein klasse Spieler aber Miller hat vielleicht minimal stagniert in den letzten Wochen den Fehler den er gemacht vor ein paar Spielen dann auch nicht so mega glückliche Rolle gemacht im Spiel gegen Schlagmich Tod weiss es nicht in diesem Spiel habe ich ihn aber wieder richtig stark gefunden auch wenn er sich aufreibt und alles was aber auch stark war trotzdem die Fehler die muss er einfach abstellen und das ich weiss nicht ob das man vergisst auf dem Flügel es tut mir einfach es passiert in jedem Match ich habe jetzt nicht gerade Daten aber ich habe das Gefühl in jedem Match verliert er entweder mal den Ball oder macht der Fehlbass dass wir gerade massivst in der Kontraine laufen manchmal musst du auch mal schauen bevor du ins Dribbling gehst ob noch einer hinten dran ist oder ob das Zentrum besetzt ist oder ob gerade alle im Vorwärts gegangen sind und dann spielst lieber mal einfach den Wittiball oder irgendetwas das hört immer gerade 1 gegen 1 was super ist was gefällt hat aber wenn dann den Ball verlierst gegen einen FC St. Gallen der bereit ist für das dann schallt es gerade hinten und wenn ein PENTA ohne Ende und 10 Meter Offside auf hält das ist einfach ganz ehrte Diskussion die rege mich auf sind immer offensiv wenn du stehen bleibst oder schnell die Hände verwerfen und dann kommt der Ball zurück und du stehst im Offside nicht so der Sandermann Gürtel hat es aber auch richtig gut gemacht als du in Szene gesetzt hat stark 1 und Sandermold das war 4. Topf gegen FCBD der ist schon kein schlechter Stürmer der ist vielleicht schon einer den man auf die Liste setzen ich ja jetzt 9 Goal geschossen glaube in der Saison oder meinte ja mal 9 Saison Goal oder mehr sogar ja aber unsere Abwehr also das ist ja eine Katastrophe oder also unfassbare Katastrophe ich meine ja er hebt es offside auf da sind alle anders in Praxis sind raus wie man so schön sagt der Giga ist nicht raus warum hat man im Giga Vortritt geben und nicht im Pavlovich wenn der Giga eigentlich von den Voraussetzungen der Pavlovich wirkt für mich ein bisschen wie Harry Maguire ich weiss nicht ob du die Harry Maguire Videos kennst aber ich kann gerne mal mein Instagram weiterleiten wo einfach so bockstief in der Abwehr habe ich fand so lustig wenn er versucht zu pressen oder die Angriffe macht dann sieht aus wie Lastwagen vorwärts und zurück ich glaube der Giga schon ganz andere Voraussetzungen aber im Nachhinein muss ich sagen mit Pavlovich ohne Giga hätten wir wohl die drei Punkte geholt ich bin wichtig der meinte der Giga ist 18 blutjung du kannst keinen Fehler machen du machst einen Fehler und es kackelt als Stürmer kannst du an den Ball vorbeihauen aber es passiert nichts was ich machen würde das muss lehnen ich glaube auch dass das die beste Lösung wäre und damit er auch mal Fuss fassen kann in der Schweizer Profifussball soll zu Winterthur zum Alex irgendwas und dort mal richtig spielen ohne Druck ohne 20.000 wo Stimmen machen da haben wieder den Fall Nikolic eigentlich der ist auch ein riesen Goalie aber mental ist das ja völlig verunsichert gesehen und beim Ski Gah ist das genau das gleiche mit Anlagen hat er ja eben aber der Stärgiu zum Beispiel bis St. Gallen war oft noch jünger der die ersten Einsätze gemacht und der ist von Anfang an bereit zu sehen der alte granic hast nie die Phasen reinkommen es ist nicht so dass St. Gallen keinen Druck hatte Abstiegsdruck der ist offen sehr gut sind Druck und der das herkriegt und eigentlich solltest es wenn es arbeiten und ich sage vom Potenzial her es klingt komisch aber ich glaube vom Potenzial her ist das eine absolute Top 5 Liga Innenverteidiger und zwar bei guten Mannschaften so quasi mit Stammblats Garantie so bisschen also dass man die Match machen das würde ihm super gut das wäre das Beste und für uns war gut ich denke wenn der Jöring wo anders steht und zurückkommt dann wird das eine super Verteidiger sein für uns da bin ich wirklich überzeugt nach wie vor aber es ist schön wenn wir ihm die Chancen geben aber es ist hart wenn jetzt muss ich überlegen wo er die Böcke gemacht hat aber auch in einem wichtigen Match gegen einen guten Gegner und in St. Gallen nachdem du lange nicht gespielt hast in einem Match wo du weißt die Presse die kommen die Verzeihung keine Fehler es ist nicht einfach und du hast bei ihm vielleicht auch dazu kam lang nicht gespielt er gut gespielt am Anfang Cesar nach Paris war super und dann war verletzt ich weiss es gar nicht lang hast du nicht mehr im Feld gesehen und dann war plötzlich hat man etwas für ihn gewählt und er nicht bereit war er ist ein besprechen lehnen wir ihn aus gerade am Aussteiger das gibt es jetzt noch nicht aber ja wäre vielleicht für Top Team in der Challenge League wäre optimal wahrscheinlich Chance Stocker Chance Stocker den muss er ja machen 100% 2% 100% wenn der Kopf kommt den müssen er treffen und dann kommt er ins Positive und Stocker bewegt sich keine Sekunde kann man auf den Weg oder meint er es noch was ist unser WhatsApp geschrieben worden das hat lieber Grüße an Alex an dieser Stelle er geschrieben der Stocker steht im FCB im Werk das war böse das war ja nein ich habe noch nichts dafür ganz ehrlich unglückliche Reaktion aber kann nur durch muss das Goal sein und muss auch im Nachschuss Goal sein unglücklich dass das genau abschiesst Pech Pech dann Assist vom Stocker hat es wieder gut gemacht auf der Esposito auf unsere stolzen Gockels 1 zu 1 wird aber gewertet weil ich glaube es ist als eigen Goal gewertet und dann war es Assist Esposito ah ok ah schön weil der Ball wäre nicht ins Goal und ich glaube dann wird es mittlerweile als eigen Goal gewertet ok wenn du schiessst und der Ball geht richtig Goal und er wird abgelenkt zählt es als Goal für dich und wenn er aber richtig Eckball schiessst und einer lenkt ab zählt das eigen Goal wieso auch immer für mich ist das ein Goal weil du machst ja auch bewusst du kannst von der Seite kommen und schiessst bewusst ein paar Beine ab weil du weisst dass irgendeiner die Füsse drin hat und es wird gefährlich einmal 1-1 und es hat kurz Telefonat nach Inter Mailand und dann ist auch schon wieder St. Kalle drauf Aufentrag sehen wieder die Viering zu übernehmen dicke Chancen Miller Klärtner irgendwie auf der Linie also es ist schon permanent Schlagabtausch gewesen das ist schon Unterhaltung pur gewesen ein winzermatsch für mich hat mir richtig gefallen dicke Chancen von von Moos auch richtig dicke Chancen von von Moos gut ausgespielt von St. Gallen Lindner kralten aber Dankeschön Angoli und halbzüter Stören und ich hätte schon einen guten Gin Tonic getrunken muss ich sagen ein richtig guter zu dem Matsch und ich habe ihn gespürt sagen wir auch so ja zweite Halbzeit was passiert ist Gülle drückt einfach weiter und ich habe das Gefühl hatte der FCB hat es dann gerade ein bisschen schwieriger gehabt ja so ein paar Minuten schwache Phase und auch ein bisschen rabiater mir hat es gewirkt als wäre sie ein bisschen kraftlos ein bisschen müde und das sollte nicht passieren was passiert ist als Stocker in den 60. raus gemiesse der hat wirklich kaputt ausgesehen er hat einen guten Schuttklepp bekommen er ist am Strassenrand gestanden er hat ein paar Szenen gestanden er ist am Feldrand gestanden er hat richtig krasse Schmerzen ich hoffe mal schwer dass es nichts längerfristig ist dass es wirklich kaputt wäre das wollen wir auch nicht mal es kommt rein und wenn mal es kommt dann weißt alles kommt gut also gefühlt nicht oder gefühlt hat er eine richtige Minusbilanz irgendwie ich weiss es auch nicht so schlimm ist seine Bilanz gar nicht er macht immer mal ein Goal aber ich habe das Gefühl mal es kommt okay dann für der 68er kommt der 58er ich gebe dir bei dem Gefühl leider recht danke das freut mich auch was mein Gefühl hat mir aber auch nicht im Stich gelohnt dass St. Gallen das 2-1 macht ja leider weiß ich nicht wer soll klar der Giga macht es nicht optimal aber ich habe schon ein paar Matches geschaut vom Gimeno aber das hätte ich ihm auch nicht zutraut dass er so eine Kiste macht ich habe ihm den Platz auch gelassen weil für mich ist eher Chancentot aber das macht den Sack stark ich schon mehrmals gesehen Goalschiesse Patrice ja er ist schon gut aber ich habe schon sehr viel gesehen Oberlin mässig Chancen zu verhauen der hat auch noch ein dick liegen oder scheinns wieder mal eine 200%ige das kann er nicht andere ich bin froh dass sich gewisse Sachen nicht ändern ich hoffe der Opel wird bis 36 in der Super League spielen und genau so weiter performen das würde ich geil finde er macht mit 36 wieder der absolute Killer im Strohraum aber er ist langsam 30 Goals wenn er das Speed nicht mehr hat er einfach langsam im Strohraum und er macht ein Goal nach dem anderen und dann wieder Nazi Goal und irgendwas das wäre super geil aber Miller hat es überhaupt nicht gepasst dass wir ein Goal bekommen und hat eigentlich spontan ausgleich schiessen eine richtig starke Aktion ein richtig schönes Goal das ist für mich ein Flügelstürmer Miller ist an einem richtig guten Punkt der ist einfach schon stark Miller und Deuss sind von der Entwicklung von der jungen die die einfach oben raus ragen oder Ja wir haben wieder zwei richtig dicke Flügel und du merkst sofort wenn die zwei nicht spielen sind wir halb so gut Und das gibt dem FCB richtig dicke Kohlen hoffentlich Ich hoffe es ja Ich hoffe vor allem dass die beiden sicher noch ein Jahr bleiben Das wäre wichtig Simeon schon Ich hoffe er wird Einsatzzeit bekommen Er ist jetzt auch mit den Nazi unterwegs oder nicht gespielt kann ich sagen Nein er hat ein paar gute Konkurrenten auf der Position Kanadier haben sich recht gemacht fussballtechnisch Ok Irgendein Kanadier wird es machen aber es kommt mir keinen Sinn Ich habe nie verstanden das Hoppschweiz Kanada das ist das ich weiss nicht wo das herkommt weiss dass irgendjemand wieso das mir das sagen Hoppschweiz Kanada die Mädchen haben schon die Hände oder irgendetwas Ich habe das lange keine Ahnung Lintner hat noch mal ein Big Safe und auch Bastian Thoma hat noch ein paar gute Aktionen von St. Gallen ist ein geiler Spieler Thoma Riesetalent mal gesehen krass dass er jetzt bei St. Gallen spielt Ich glaube es ist der Thomas und überlegst Edimilson Fernandes war ja auch ein Riesetalent zurück in Super League ist spannend du musst dich zuerst überall durchsetzen es muss oft sehr viel zusammen passen dass du in die große Liga gehst und spielst und das Spiel ist fertig und es ist 2-2 und Patrice es ist eigentlich Story dieser Saison der FCZ lässt Pünktler liegen und wir machen einen gut auf sie immerhin einen Meister ich bin mit der Mannschaft nicht böse weil ich habe den Match gut gefunden wir haben es wirklich gut gemacht am Schluss ist es wirklich ein massiver individueller Fehler von einem blutjungen Verteidiger plus noch ein zweites Mal wo er vielleicht nicht mega gut aussieht wo vielleicht ein anderer Verteidiger das besser gelöst hat und dann gewünscht den Match 2-0 und dann sagen wir wow was für eine abzogte starke Leistung ja und so ich bin der letzte der 18 19 jährige Innenverteidiger böse ist weil er mal einen Fehler macht aber ja gehört dazu Lehrgeld aber so wirst du nicht Meister und das ist ein großer Unterschied hätten wir dort 26 27 jährige Innenverteidiger mit sehr viel Erfahrung dann sieht es halt einfach anders aus und das wissen wir und das wissen auch alle Fans und das müssen wir akzeptieren und wir reden nicht von Red Bull hat auch junge Spieler oder ein Jahr gesammelt aber das sind die andere Welt das ist die 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 französischen klub nicht auf die Bank lenkt das sind dann auch die Unterschiede und gleich könnte es in der Schweiz vielleicht doch noch längen oder absolut und auch wieder im Ausland aber du kannst nicht verlangen dass in 18 19 20 21 jährigen die in eine grosse Liga auf der Bank sitzt in die Schweiz kommt und der Maestro ist keine Fehler macht das ist einfach die sind jung die machen Fehler und das ist okay das kann man zwei Sachen sagen es gibt momentan zwei Mannschaften in der Super League die in den letzten fünf Spielen ganz ordentlich performt haben das sind der FC St. Gallen und der FCB weil beide haben drei Siege und zwei Unentscheiden geholt man kann auch sagen dass der FC Zürich in den letzten fünf Spielen gar nicht souverän sie hätte aber alles verlieren die schon die ganze Saison sehr viele Düssel immer wieder im FC Zürich die hätten wirklich nicht Meister werden es wäre nicht nötig gewesen was aber gut ist wenn wir an Absicherung denken IB spielt einfach scheisse die haben fünf Spiele keinen einzigen Sieg 4 Punkt geholt das ist für uns gut IB ist ein Frag wir haben gesehen im Match gegen Young Boys wir sind nichts gesehen leider haben das nicht geschafft die müssen aufpassen ich einen FC Lugano der kommt durch gestern wieder aller R gemacht weil natürlich gewinnt der FC CIO aber die müssen auch wieder einen Match gewinnen Unglaublich Wenn plötzlich noch zwei Sieg und St. Galler kommt auf 4. Platz du weisst es nicht ich traue St. Galler leicht favorisieren dass die noch in Conference League kommen Also es sind sieben Spiele oder Ja Also da kann noch viel basieren IB muss sich warm anziehen ganz ehrlich sein der Serienmeister Ich sage es noch mal keine Conference League die haben zwar Reserven aber wenn es dann gerade 10 Millionen auffrisst finanziell und dann vielleicht 2-3 Spiele nicht bekommst weil sie keinen europäischen Match machen das kann dann schnell der FCB Land was dann ein bisschen schwieriger wird Dann kommt vielleicht auch was IB für einen Ausrüster hat Chaco oder so Genau was immer Chaco ist Die geilen Sachen die früher war immer so geile Ausrüster Ok Lotto Kennst du Lotto Lotto Gibt es das noch? Lotto Ich glaube es gab noch Der Schweizer Nazi Lotto hatte Ja voll Ah Das war der Schweizer Nazi Wo du von Gara aus mal Einsatz Nazi gehabt um dein Narrativ noch weiter zu verschönern Nächste Match auswärts am Ostermantik in Sion Wo ich mir ganz klar drei Punkte erwarte Ja Ja Ich muss nichts hinzuzufügen Nein Shakiri Shakiri Ja der ist happy Das ist der perfekte Wechsel und ich bin immer der Meinung Und das ist genau das was ich gesagt hat Dann sitzt bei den Chicago Bulls und das Tricor mit 23 drauf Sorry Ich wäre auch gegangen Natürlich wärst du gegangen Du wärst das Erste gegangen Du wärst aber auch gegangen wenn du nicht Spieler wärst bei der MLS und wärst Sonsten den Bulls gehen ran Hocken Der Schack ist doch einfach Tourist Stört sind wir ehrlich Oder Nein Das macht Profifussball Plus einfach nicht mehr auf dem allerhöchsten Kampfmodus Ja Aber das war ja cool Du hast einen Kabinenanspruch gesehen Nein Ich habe nicht gesehen Ein bisschen peinlich Er ist der geboren Leader We are Family We are Team We are like Family 1,2,3 Hättet er einen auf Dominik Toretto gemacht Oder wie Fast and Furious We are Family Oder wie Es ist einfach so ein bisschen Du hast gemerkt dass es normalerweise nicht seine Rolle ist Sagen wir es mal so Cerdan Toretto Das gefällt mir Wir haben es schon erwähnt Cabral Riesen Kiste gegen Neapel Geil Massiv Ja Florenz gewinnt in Neapel Cabral mit einer Riesen Kiste Der Verteidiger auseinander schrubbt und schnell reinschlenzt Das hat er wirklich schön gemacht Und dann hat er noch das Trikot abziehen Das darfst du mal machen bis auf einen Goal Emil Florenz kannst du noch nicht ganz abschreiben Neapel eigentlich im Meisterkamp auch noch da vorne Es ist ein bisschen crazy was gerade abgeht Crazy was abgeht und jetzt wird es emotional eine schweige 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 minuten für panini ganz schlimm vor allem mit schinken und mozzarella auf auf preis zahlt ist es nicht gerade so ich liebe panini ich habe nie die heilige rät dass sie gesehen sind die bier können grösser sein lieber gerne grösser fan karten so von anderen sachen so baseball cards so ein bisschen mehr info auf den kleben oder ein bisschen mehr realität einfach zum negativ von panini sage ich glaube wenn ich die mannschaft nachgelacht habe die schweizer 50% von dem team gesehen das wirklich am schluss aufgetaucht ist ja gut da kann ich doch panini dafür das ist das ist das Problem dass die heft die bilder vorher du weißt ja genau das kater wird im Mai bekannt geben für eine EM oder WM du hast logistisch gar nicht mehr Zeit um alles zu machen du hast gar keine Zeit dafür das ist logistisch sublim du kannst die infos auf der selber machen und wenn das kater offiziell bekannt ist könnt die noch nach liefern ich weiss das ist scheissegal ich habe auch ein paar jahre panini gesammelt italian 90 grossartige erinnern und das ist ein grossartiges panini heftig gesehen und ich irgendwann mal du wirst nicht glauben huck verkauft habe ich hasse ich hasse wirklich du bist einfach du bist einfach nein ich nein nein das ist einfach nicht normal ich habe auf ricardo geknallt und ich habe ich glaube 100 dafür gekriegt ja nein du bist einfach nicht ganz bacher du willst deine freundin verkaufen wenn es Geld gibt sorry ganz ehrlich machen aber ich habe lieber mit meiner Freundin nach das Geld dass ich ein paar Mühle von 1990 in einer Schublade habe was der Unterschied ist ich kann mein 1994 Heft mit Charles Spreig in Föhren haben das Freude daran mein Lucky Luke Heft und den lustigen Taschenbüch wo ich immer in einer Kiste habe der Unterschied analog Huck du sagst mir selber Huck das ist richtig geil dass du Platz für all das hast das ist geil du hast keine Platz für so Scheisse du kannst doch eine Holzkiste machen für deine Sachen für ihr seht wir haben ein bisschen Beef wenn es um alte Sachen geht wie heisst sie mit Anaconda das ist zwar eine Schlange aber sie heisst so ähnlich Japanerin Anni Anaconda Ich finde das nicht Spark Joy Sellit oder Wachsah weg so eine ganz berühmte Innere Ruhe und Friede so Zeuglos du materiellen Ballast du hast die glücklichen du schaust du das nein woher kennst du es denn weil es seit langem alle davon geredet haben niemand hat im Umfeld davon geredet Patrice ich bin mir sicher deine Freundin weiss was ich meine ich sehe wie den Podcast hören kann wenn sie heimkommt und sie wird sagen nein kann ich nicht ich gebe die Antwort Marie Marie Konda oder irgendwas ich kenne nur Endo Anaconda und das war eine ganz andere Persönlichkeit anyway Panini ich finde es schrecklich aufräumen aufräumen im Kopf und im Keller wer auch aufräumt ist die FIFA es ist ein Gerücht rumgegangen dass seit Fussballspiel an der WM wenn aufbleien von 90 auf 100 Minuten eine weitere Veränderung im Fussball wo aber von der FIFA dementiert worden ist aber der Funken Wahrheit ist meistens da geworden Für mich braucht es trotzdem eine gewisse Art von Netto Spielzeit die 90 Minuten behalten aber es müsste einen Stopp Knopf geben für die ganzen Spielverzögerungen die wir erleben müssen das geht mir massiv auf den Sack Unsere Väter haben das schon gesagt Das sind wir ehrlich Aber man rückpass auf einen Goal machen und die Hände nehmen Wenn es das noch geben könnte Fussball heutzut Tag nicht mehr schauen Das wäre ein debatt Der Sport ist optimiert worden dass er fast besser geht Ich finde die Zeit für mich schlimmsten sind Abstosse von Goalies dass man eine Minute vergehen darf das macht mich mental fix und fertig Ich weiss nicht wieso nicht einfach sagen wenn der Ball draussen ist bis der Abstoss machen ist 10 Sekunden Zeit da läuft wir nur im Stadion und wenn es nicht schafft Freistoß für Begegner oder Strafraumgrenze oder whatever Irgend was Ich finde so Sachen okay weil es ist nicht mehr so viel bei Basel aber ich erinnere an gewisse Match der Schweizer Nazi die so unfassbar vom Gegner ab Sekunden 1 Zeit gespielt worden ist die Veröhrinsel die ab Sekunden 1 hat einen Goalie pro Abstoss eine Minute gebraucht die Hände angezogen hat eine Zipfelmütze angehabt die 3 mal ab am Schluss ist er auf 30 Minuten weniger gespielt aber egal wir haben keine 100 Minuten Spielzeit das ist nein höre darf den Fussball kaputt machen das reicht jetzt schöne Geist auf dem FC Zürich sie haben einen ukrainischen jungen Spieler unter Vertrag genommen bis Andy Saison Vyniuk 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 vielleicht der kommt von Schachtar Donetsk und finde ihr schöne Geist als sie das gemacht haben ich glaube das ist auch ich habe das Gefühl das ist auch wirklich so wie es gelesen hat ich glaube ich kann jemand gesagt sehr sympathischer junger Mann wir wollen helfen er hat auch gute Anlagen finde ich gut finde ich sehr gut absolut hat nicht noch irgendein Team in der Schweiz ich weiß gar nicht wer er hat den Russen verpflichtet weil du noch mal durfte in der Zeit obwohl Transfer zu ist ich glaube Ukrainer und Russen verpflichtet und irgendein Team hat es gemacht aber ich kann nicht mehr sagen wer cool macht Sinn was passiert ist die Bayern haben mal zu 12 gespielt und Bayern haben 12 Spiele auf dem Platz gehabt für 20 Sekunden und ich erinnere dass das scharf passiert ist im europäischen Fussball und ich erinnere dass es immer Vorfänge hat für den Gegner aber nicht wenn Bayern spielen nein das ist das ist okay war das war genau wo den FC Bayern so massiv aufregt dass Freiburg das Veto einlegt aber wir wissen alle dass Bayern zu Millionen Prozent gemacht hätte und darum habe ich nicht als Antipatie gegeben sie hat 100% gesagt wenn es Freiburg passiert wäre das signet ihre Verantwortung es gibt Regeln im Fussball und wenn man die nicht einhaltet dann wird man bestraft nach dem Regularium was geht etc aber wenn es ihnen selber passiert ja was sind das schon gesehen die 20 Sekunden das hat ja kein Einfluss Spiel blablabla Bullshit aber ja ist halt so gesehen ist okay und der streichert noch ein Witz ich finde ja grundsätzlich sollte nicht wegen 20 Sekunden der Match 3-0 gewertet werden wo eigentlich 4-1 verlierst es sollte eine realistische Strophe geben weil in den 20 Sekunden hat Freiburg keine 7 Gäle geschossen das ist ja ein Witz aber trotzdem wenn sie regeln so sind genau und der Streich hat ja noch gesagt dass es recht peinlich ist für Bayern dass sie bei Freiburg gehen die Schuld geben das ist der Oberwitz Victim-Blaming im sportlichen Sinn oder schon beide sorry die FC Bayern unglaublich ja da halte ich es ganz mit den toten Hosen ja Manchester City gegen Liverpool England Meisterschaftskampf 2-2 City 1 Punkt vor Liverpool also das ist ein spannender Kampf in der Premier League auch im Champions League Man United sieht nicht so aus als würden sie es noch packen und Ronaldo hat das dann sehr persönlich genommen und wammst einmal mit einem 14-Jährigen wo er in der Kabine rausläuft mal das Nahtel aus der Hand nicht gerade die sympathische Geiste gesehen ok Ronaldo mit einem Aussetzer das habe ich noch nie mitbekommen krass ok und jetzt hat der Junge auch noch autistisch und jetzt gibt es glaube ein bisschen shit aber so wie wir Ronaldo kennen wird den Junge treffen und ein paar Geschenke mitnehmen und das wird er gut machen weil Ronaldo ist schon ein Sportsmann ich bin immer Team Ronaldo wenn du schaust was alles gut macht und das ist das von mir erfahren was man bekommt mit dem Auftauchen 5 iPhones bringen Bestausstattung mit 1000 Millionen Gigabyte und wird alles gut sein aber der iPhone Apple jünger aus dir gehört gehört wo extra erwähnen dass es mehr Speicherplatz hat weil das anscheinend das teuerste ist bei Apple ist Speicherplatz das kostet Milliarden oder wenn eine Art will du kannst abspeichern dann musst du einfach das doppelte zahlen grossartig auch bei Laptop hat man keinen Platz mehr auf seinem Laptop zum irgendwie irgendetwas zu downloaden da man Ja wir haben kurz erwähnt vor der Serie A dass der Cabral gewinnt in Neapel Mailand stolpert beim kleinen FC Turin also ist der Meisterkampf betroffen also da ist Milan knapp vor Inter knapp vor Neapel und der Juve als Vier jetzt nur noch vier Punkte hinten dran also auch in Italien mittlerweile die Meisterschaftskämpfe ziemlich spannend Juve hat nicht alles im Griff Sehr schön Was ist mit Hertha was ist hier passiert Hertha hat ja mal 300 Millionen Arschblosen bekommen vom Windhorst was sie machen ist ziemlich sicher in die Bundesliga abstiegen einfach absolut Versager für einen solchen Hertha schon seit eh und je einfach irgendwie Michael Pretz und Konsorten einfach wie du aus dem Verein nichts hinkriegst unser fucking Hertha Berlin mit einem grössten Stadion mit so viel Potenzial und dann lässt dich von der Union 4-1 abschlachten einmal mehr und ja die Ultras haben das nicht so geil gefunden und haben verlangt dass Spieler ihre Trikots abziehen weil sie nicht Werte in die anzuziehen und wird jetzt natürlich sehr verurteilt in den Medien in Deutschland wie unfassbar schlimm das ist mein Gott also ist es so schlimm oder kann man einfach sagen du bist nicht wert unser Strico zu tragen was wir seit 100 Jahren verehren wenn du nur scheisse schuttest ich möchte erinnern an das Wintertour Spiel haben wir das auch gemacht oder was nein aber ich habe es verstanden mit Trainerhosen abziehen ich habe es verstanden sorry das war der Park ja aber in dem Moment kannst du sagen Jungs ziehen das Trikot ab legen überrasen und überlegen euch mal ob ihr wissen was es heisst das Trikot anziehen und ich habe gesagt die Herderspieler verstehen was es heisst das Trikot anziehen einfach gnadenlos versagen das heisst warum machen die alles richtig die andere die versagen ist der HSV der einmal mehr verliert gegen Holstein Kiel das Nordderby und die werden anscheinend nicht wieder aufsteigen mittlerweile die Sechsten also die kommen wohl auch nicht zurück Schalke Leader von Bremen also da seht uns dass die wieder zurück kommen aber auch St. Pauli Darmstadt Nürnberg sind auch kurz hinter dran es könnte noch spannend werden aber man will einfach nicht wir nicht Meister werden die wollen nicht abstiegen die wollen nicht aufsteigen was ja gut ist für die Ligen es ist alles ein bisschen spannender aber es ist schon verrückt klar die Saison in einer zweiten Bundesliga das ist hart Schalke Bremen Hamburg ich meine es sind ein Riesenverein das ist schon klierenweich dass die in einer zweiten Bundesliga um einen Gammel das ist verrückt ein Riesenverein europäische Grössen theoretisch von der Tradition her auf jeden Fall Tradition aber anscheinend ist das nicht so einfach in den Ligen wenn du mal absteckst dann ist einfach ein Problem weisst wie es ist du kommst dann ab von der ersten und zweiten Bundesliga und dann wollen die grossen Spieler weg auch die die in Abgrund gerissen haben weg und dann musst neue finden die in der zweiten Bundesliga spielen und die die etabliert sind die freuen sich dass du bist jeder geht 100'000 prozent gegen dich das 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 andere wenn du gegen Schalke gegen Hamburg spielst und du spielst in Judi Huy Verein Holstein Kiel oder weiss nicht was du bist schon anders motiviert das wie wenn gegen den FZB spielst oder bis bis alles ist bis 1996 hat 190 Match gemacht 10 Gäle geschossen dann ist der Wechsel ins Ausland gekommen er ist gewechselt zum VfB Stuttgart für ein Jahr hat er elf Match gemacht dann ist er zurück gewechselt in die Schweiz zu Servet Genf hat dort noch mal 120 Spiele gemacht und vier Goal geschossen er hat für die Schweiz gespielt die Schweizer Nazi er erste Einsatz 1994 der letzte 2002 ich kann mich erinnern er ist am Schluss wirklich wichtig für die Mannschaft in einer Zeit in der der Schweizer Nazi gar nicht gelaufen war an der WM 94 war und EM 96 auch er hat in Mittelfeld gespielt Mittelfeld er hat den Schweizer Nazi sogar drei Goal geschossen er hat der Schweizer Goal gewonnen mit SIA im 91 95 und 96 ich Servet 99 Schweizer Meister wurde 0 1 Goal Sieger er hat für eine schweizpräckte Karriere gute Karriere gemacht titelmässig Stuttgart gesehen und ich kann mich erinnern mein allererstes Football Manager Game ever war FIFA Soccer Manager ich weiß den noch kennst ja klar und ich habe immer gerne Stuttgart übernommen ich habe so eine coole Mannschaft gesehen Balakov Bobic Elber Wohlfahrt im Goal Passlack war da oder nicht und Schweizer und Schweizer war nicht Margot Streller gesehen das war ich bin Stuttgart er wurde er wurde 2010 beim Team Senev Servet Garouche M21 trainiert 2012 der FC Sio mal trainiert 12-13 Servet Trainer noch mal zum FC Sio 2017 auch als Trainer ja gut wer war nicht Sio Trainer also das stimmt du und ich sind die einzigen also soll dich lösen ich habe keine Ahnung wer so lange bis Sio war und dann zu Stuttgart ist ich versuche gerade so 100.000 Gesichter an meinem Bild du kennst du wirst ihn kennen aber es ist nämlich du du se se Sebastien ja ja Sebastian Sebastian weißt du Sebastian gesehen Sebastian Furnier ah der Furnier oh shit ja logisch der Furnier Mann oh fucking hell das ist bei mir also abgespeichert das ist ein richtig guter Spieler gewesen ich habe immer richtig stark gefunden den Nazi ist er in der Phase 98 bis 202 der ist einfach die einzige konstante die wir hatten so kann ich erinnern es wenig es ist sehr lange Sebastian Furnier das ist einer man kennt sicher in unserem Alter aber ich mag mich nicht mal richtig erinnern dass er bei Stuttgart war das ist auch aus den Games die ich früher gespielt habe ich habe das 66 gesehen oh shit in gewissen Games bleibt keiner hängen oder irgendeine Saison in der Spass gemacht ist dann ist einfach so Spieler im Kopf bleiben vor niemand a dream cool ich bin gespannt ob jemand vorzeitig raus gekriegt hat ja bitte schreibt uns und wenn wir gerade dabei sind ich habe es schon lange gesagt bewertet uns doch auf Apple iTunes wir sind schon ewigem bewertet worden auf Spotify ich glaube doch haben wir sogar mehr Bewertung bekommen als die dritte Halbzeit ja haben wir noch etwas zu sagen Patrice nein ist super gewesen hat Spass gemacht und ja der FCB macht eigentlich auch Spass irgendwann kommen noch die grossen Hintergrund Diskussionen ich glaube dort gibt es noch spannende Sachen wenn noch mal die Geschäftszahlen kommen kommt glaube ich Ende im Monat 20 und dann noch die Zukunft vom FCB bleibt spannend sportlich finde ich haben wir uns erholt das sieht recht okay aus von dem her ja voll die Trainer froh stellen wir ein anderes mal wieder ist gerade momentan nötig nein jawohl Patrice es war mir eine Ehre ja ich kann euch nur zurückgeben und euch eine wunderbare Woche geniessen bis dann bye